Hab ich noch irgendwas zum Verkochen? Nee, obwohl ich kann einen Honig benutzen. Nehmen wir noch einen Honig. Ja, ja. Dann machen wir... So. So, so. So, drücken kochen. Ich hab jetzt... Wie viel essen haben wir jetzt? Dreie? Keine Ahnung. Ach, da kannst du glaub ich die Thermal Stones mitmachen. Und irgendwas kannst du damit anheizen sogar. Okay. Irgendwie so ein besonderes Feuer. Aha. Keine Ahnung. Hab ich selten benutzt. Hab ich nur um zugemüllt. Äh, wir haben jetzt... Drei... Sechs, neun, zehn Essen fertig. Okay. Das reicht erstmal. Ach, das Honig. Honig wegpacken. Tip, tip, tip. Tip, 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 tip. Das Monsterfleisch, das geht bald kaputt hier in der Kiste. Egal. Aber mir bringt das auch zwölf Essen, aber dafür fünfzehn Leben weg. Okay. Bringt total nichts. Wenn du generell dann wieder Blumen fressst, dann geht das. Ja, aber nicht... Dann musst du fünfzehn Blumen fressen dafür. Ja. Oh, ich hab noch 26 Bären hier, lol. Oder du... Du lässt Blumen in der Nähe stehen und fängst dann immer die Schmetterlinge, die da rauskommen. Ja, das kannst du auch machen. Ist auch total hirnlosig eigentlich. Boah, da sind echt gute Spawner dafür. Hab ich gesehen. Hab ich gesehen. Hast du gesehen? Hab ich gesehen, ja. Okay. Dann glaub ich dich. Ja, wenn die reiche Schmetterlinge aus einer Blume rauskommen. Ja. Ja, gut. Hey, lass mich in Ruhe, du fettes Vogelfieh. Da war ein Nest, aber war nix drin. Oh. Bitte Rieten. Lass den... Los, treff den Vogel, treff den Vogel. Das kann passieren. Alter, wie viele Bienen hier sind. Loll. Treff den Vogel, hab ich gesagt. Dann hab ich vielleicht wieder Monsterfleisch zum Essen. Irgendwie ist meine Map... Warum ist die denn hier oben, Alter? Hau da ab. Naja. Er wurde getroffen. Geil. So. Ich hab nur getroffen. Nur einmal kurz getroffen. Ein Häschen, ja. Ach, Fallen wollte ich ja noch machen. Ja. Hab ich kein Material für. Alles verbaut. Lauf, Centos. Wenn ich jetzt nicht aufpasse, bin ich gleich tot. Warum? Oder Vogel, wie ich getroffen habe, deswegen. Lauf doch einfach. Ja. Mach ich doch schon. Kannst du mal dich verpisten, du Vogel? Nö. Boah, die ganzen Meteoriten, die hier gerade runterkommen. Ja, da musst du aufpassen. Das ist heftig. Ich rette dich jetzt nicht. Oder soll ich noch eine Heilsabe irgendwo hinpacken? Mann, die kannst du auch nicht rausnehmen. Wow. Der Meteorit hat mich fast getroffen eben. Du siehst doch, glaube ich, sieht man nicht, wo die aufschlagen? Doch. Ja. Aber ich bin gerade da langgeilaufen und in jedem Moment ist das scheiß Symbol aufgetaucht. Oh. Deswegen. Du stirbst da oben noch. Och, nö. Passiert schon nicht. Gleich. Tö-dön. Crash bei Meteor. Und alle Materialien sind weg. Weil die dadurch verbrannt sind oder zerquasht worden sind. Nö. Pulver Fotze glaube ich nicht, du Fotze Glauben, es wird noch Mangel, würde ich sagen Kaninchen, Kaninchen, Kaninchen Ki-Ka-Kaninchen Ka-Kaninchen? Ka-Kaninchen Da oben ist glaube ich der Weg zum Burning Wald Zum Todwald Burning, 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 Burning Ich vermisse noch so eine Landschaft Wo es wirklich so richtig trocken ist Und richtige Feuerwüste oder so Ja, ist klar Weil ich würde auch in diese Höhlen reingehen, die unterhalb sind Aber ich glaube, hier sind die noch nicht drin Nein, die sind hier noch nicht drin, das ist schade eigentlich Wäre ich schon längst drin gewesen Abigail, Taschenlampe auf und Gas geben Ja So Wie oft hier die Meteoriten hier oben runterkommen, das ist heftig Wolltest du sagen, du Fotze bist nicht mehr da? Doch, sicher Fotze bist du dich am konzentrieren Fotze bist du dich am konzentrieren? Ja, ausnahmsweise Mach ich das auch mal Ähm, noch ein Bienennest zerstören? Ne, heute nicht Ich hab Lust zu Und es wird schon wieder dunkel Ich will eigentlich gerne in die Wüste kommen Ja Oh oh, 30 Tage Und? Na, 30 Tage kann ganz schlimm heißen Hunde Kann Mhm Kommt auf jeden Fall in den nächsten Tagen schon wieder Ich würde sagen, ich komme aber auch so langsam mal wieder zurück Ne, ich geh einfach weiter, ich hab Abigail Ja Ich hab gleich 3, ich hab fast direkt 6 an Stein So Sollen wir eine Ersatzfackel wieder bauen Ich weiß nicht, wo ich sie habe, die andere Ich suche einfach zu viel Zeug Mitten zwischendurch Ja Ich wollte eigentlich zum Lagerfeuer, wo die buffelos sind Weil das auch eins Ich hab den noch mal wieder Ja Ich bin jetzt mal wieder So Den 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 nach ich dachte ich sagen ja was wenn die hunde da sind oder kommen hörst du das oder hörst du die stimmen das sagen die schon an wir haben schon 14 16 uhr 14 uhr sagen hatte ja ein kleines baby ich will ja danke bisschen sammeln und gras 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 und ich mal gucken wie wir an holz kommen ganz heute schon wieder weg fast was ich mit was ich könnte teil ist noch drin was da vorher drin war aber den ganzen anderen rest weg okay ich denkst gibt es mal 50 hoch so ist er warum ist denn abigail jetzt aggressiv etwas ist mit ihr denn los ihre tage weiß ich nicht was sie hatte doch ihre tage ich glaube auch und ich weiß nicht wie man diesen schweinekönig noch mal zufrieden stellt ich glaube mit gold glaube ich auch aber den nicht auf unserer seite haben können wir nicht wie diese dinger in der nähe von diesen totems abbauen abigail alter was mit dir los ab 37 gold kommt man einfach mal so mal ich würde schon gerne so eine spitz hat aus einer axt machen mit ja da oben sind spinnnetze wieder ich komme meine freunde ich habe zwei rüstungsteile die wechsel ich beim aussie rüstung schon den ok lol was hat acht spinn mindest ne das neune vier grüne und fünf von den schwarzen ja dein fleisch geht nämlich weg deswegen will ich gerade auch eigentlich neues sammeln abigail nicht sterben ok nicht mit ihr tecken danke ok ist geschafft ist geschafft nächstes netz kaputt machen in der wüste ich sein zu hause nice nach langer zeit mal wieder komm mach's kaputt das fährt ganz schön gut das fleisch aber ich esse das mal um mein leben mit hoch zu heilen naja was habe ich jetzt bekommen ach ein spinnei net da kann man wieder scheiße mitmachen hahaha ich werde dich so in den wahnsinn treiben bei uns oben mach mal zentos für spaß beim steinfarmen wir brauchen jetzt massenweise ja du machst das wie mit dem bären zäunst das spinnnetze ding ein und stellts vorne einen baum hin einfach und wenn du dir deckst musst du den baum anzünden naja gucken wo ich das spinn nest aufbaue ich kann das eigentlich bei den schweinen noch stellen oder wir machen eine arena wir holen uns paar schweine bei uns ins ding zäunen die ein und tun da spinnnetze rein und dann lassen die gegeneinander fighten was kostet denn nochmal so eine scheiß falle für die dinge sechse oh mein gott sechse sagst du sexistisch sexistisch so wieder essen auffüllen wir brauchen ja generell diesen stein blöcke ne äh ja aber ich würde nicht alles umköpfen wir brauchen noch glaube ich was für feuer für diese feuerdinger ja da brauchen wir zwölf für diese feuer stellen weil da würde ich noch dreie würde ich auf jeden fall oder viere würde ich auf jeden fall ins lager noch machen dann lass ich zwei stecks erstmal drin viele stecks hast du denn ne ein stack reicht eigentlich ne lass mal ruhig zwei stecks ne ein stack reicht okay weil ich für das werkzeug wie sieht es denn beim werkzeug aus aber im werkzeug brauchst du auch schon für die für den hammer flints haben wir auch ganz viele flints haben wir genug da kann man viele werkzeuge machen sticks haben wir oben ein ganzes lager und die büsche wollte ich jetzt auch aufbauen diese grasbüsche deswegen bin ich jetzt noch runter gelaufen ja über 300 steine habe ich ja nice aber das dauernd draufklicken das nervt warum dann klick ich aber ganz schnell dann geht es schneller wegen was denn herstellen oder was ach so ja das ist nervig ich weiß da gibt es da kein matt gibt es für ja ja machst du eine herstellung oder so ich weiß es ist nervig aber naja so 100 grad haben wir schon mal nice und die klick einfach die ganze zeit ja klick man an kannst du auch schon die stein dinger herstellen wie langweil hast dann fangen wir von oben oder ach ja ich stelle ich das spinn jetzt hier auf und mache das nochmal kaputt und